hallo liebe kriegsgefährten und willkommen zur letzten folge von call of duty black ops 2 mit begleitung jo servus letzte folge warum habe ich gestern gesagt oder vorgestern je nachdem weiß ich tetra ist ein tetra pack ich hab's gewusst dass der kam ich wusste es so nicht da sind wir nämlich also sind wir besonders gut erschaffen also 22 ja also hallo wie wir sterben dort überhaupt nicht ich weiß gar nicht was das ist ich weiß gar nicht wie das geht ja ich weiß dass du nicht weiß wie call of duty geht weg mich da gleich mal getötet oh pro und so so hauern gleich weg nein gleich mal der beste aus dem team mit 150 punkten kein antrag hat bisher punkte gemacht wollte mich verarschen also ich sehe schon unser team wird gnadenlos untergehen so ein bisschen ja ja boah cool habe ich gesehen habe ich gerade eine mit meiner granate getötet ach schade aber ich habe 100 punkte bekommen ist jetzt leicht ungünstig das gibt es doch nicht diese Ando so leider alter ich hasse die leute die sind irgendwie in in der gang oder sonst irgendwie ich da gibt es bis jetzt ich habe an und solcher getötet na ok wenigstens ein habe ich mitgenommen oh drei leute drei leute drei leute vier leute drei habe ich nur mitnehmen können ich habe jetzt ein 5 zu 2 oh hunter killer drohne korrekte sache dann fliegen wir mal den kleinen hunter killer nein so gleich ein hunter killer kill was du hast eine killserie gemacht was bist denn du für einer ähm ähm da lang ah wieder einen mitgenommen 7 zu 3 aber wir gehen doch nicht so unter aber die andere führen leider nur wegen dir wenn du nicht dabei wärst dann werden wir gewinner ich bin deprimiert ach ich auch ach gott die war ja richtig kacke geworfen ne eigentlich bin ich ganz gut drauf läuft nämlich verbündet drei assists auf einmal geil ja wegen dem blitzschlag oh da haben ein paar viele gegner nein kommt der sack von der seite rangegammelt er war schon wieder eingetötet und dann wieder gestorben 8 zu 4 mann ey schade ach ich will noch nicht sterben ich bin doch noch so jung auch ich bin tot das gibt es doch nicht wie ziehen die die müssen doch hier irgendwo sein ah diese ando so leider 10 ey der geht mir so auf die eier ando soldier nicht so leider ja von mir aus soldat heißt das einfach das ist mir scheißegal natürlich also ich hab dir bisher einmal getötet und wurde von ihm noch nie getötet ich bin ganz sozial ich bin ganz sozial ich bin ganz sozial hä also zum beitreten ja weißt du ich sag noch was und spaß du wer hat mich getötet spaß dies mal was trinken ach da steht einer hinter mir echt jetzt ich bin der schlechte aus uns im team also hinter dir vor dir so kommt jetzt aber konzentrieren traktion er hat oh nein oder ganz ehrlich der Typ besser heißt Spaß dies ist auch noch einer weißt du und steht auf kleine kinder ja ach komm schon wir haben die kontrolle verloren und wie sieht es bei dir aus recht mau die jase ausbeute alter dieser messer nervt sowas von ich hasse diese leute die immer so diese so 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 marken geil sag ich mal doch das ganze mal eigentlich ist das normal weil die marke also ich meine eine marke gibt einen abschluss das heißt es ja eigentlich für das team wenn du die einsammelst falls du die nämlich nicht oh man wegen der schockgranate der kann ja auch nicht wissen dass die mark jetzt ich bin gut ich bin so gut so endlich habe ich diesen messer getötet boah weißt du wie befreiend das war wird zeit dass ich das lp beende alter ich geh in rente abschluss verwehren da da messer ja die nerven diese spartaner kinder ja ich hab den einen eben umgebracht das hat mich sehr gut da rennt der sack da der tetrapack der ist gestorben da ich habe eine andere Killer Messer Messer ach schade ich hab noch eine Hunter Killer das hat unserem Ruf geschadet ah mach mal Lobbywächse die sind zu schlecht die sind keine Herausforderung für mich boah war ich gut ah wie immer ne mh äh gut ach du bist eh nicht mehr in meiner Party ach stimmt brauchst die so nehm ich an mh herlade ich will diese Livestream-Faktion ganz lustig ach Sitzungsfehler ja ja das ist schön warte ich bin grad Level 1 yay rr geht sich nein ja aber dann suche ich ein Spiel los joints nach ja äh 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 aber in jemen das ist ja eigentlich meine Lieblingsmaps ähm 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 bist du drin? äh ja oh fuck also ich bin so gut wie drin er lädt noch aber ja ich bin noch dabei juhu da freu ich mich einfach so ist aber noch eine Waffenstufe und ich kann auch hier ein Schalter benutzen haue ich weiß zwar nicht von wo aber ich bin irgendwie gestorben sehen wir es positiv wenigstens hatte ich einmal in diesem let's play ein loadster ja nein ja doch stimmt einmal oh das fängt ja geil an ja schade ich denke warum ruckert das denn so ein bisschen bei mir verstehe ich gar nicht uploads mache ich nicht momentan hm aber wir müssen das noch mit der sie machen wir verlieren diesen kampf beziehungsweise uns da ein bisschen erkundigen und pro rum probieren ja 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 zwei kill in serie ich hab einen lau oh ich bin tot weil ich mein irgendwie muss es ja gelöst werden können och nö ey scheiß EMP die mag dich gar nicht nein darf was hä aah c4 alter warum ein feindgebiet ich spawne bei drei leuten was soll das so das ging schnell ja ich bin einfach irgendwo drin es war ja schon halb vorbei ja wie gesagt wir gucken dann nochmal wenn die aufnahme vorbei ist oder wann anders wegen dem daisy problem dass das dann nämlich auch starten kann das projekt wäre schade wenn nicht ach doch das startet irgendwie vielleicht ist auch einfach nur heute bei dir oder sowas haben wir aber auch ein bisschen gelesen dass es auch teilweise nur zeitweiligkeit war aber ist immer zufäll so eine runde machen wir noch und dann heißt es abschied nehmen und das ohne tränen glaubt mir ich werde das spiel definitiv nicht vermissen echt ich finde es so schlecht nö aber äh weiß auch nicht ja ich finde das spiel gut ja gut ist es ja auch aber irgendwie so äh ich fange dann gleich weiter an hochzuladen ich fange dann gleich weiter an hochzuladen ach ja was ne schöne map auch nicht schon wieder klatsch mag ich nicht letzte folge ey und immer so und so beschissene maps abschluss bestätigt sie dürfen nicht wissen dass wir existieren so ja also ich werde auch noch nach dem let's play spiel glaube ich weiter viel spielen klar machen wir dann zusammen jo ab und zu einfach mal spielen und ja ich mache dann battlefield weiter der nachfolger der nachfolger wäre mal richtig cool so ein community game zu machen sprich mit euch nein hätte ich noch die marke gekriegt wenigstens ich wüsste gar nicht gibt es irgendwo so ein community spiel na alter ja man kann eine party starten mit mehreren leuten wir haben den vorteil verloren ja ok nicht sowas jetzt ich meine so das wäre auch mal was dass ich mir irgendwie so ein spiel hole und ihr euch dafür bewerbt so eine art kleines community game ja drohne nähert sich er ist erledigen ah weißt du es gibt echt teilweise so tage wo du dir denkst scheiße Scheiße die Türen muss man jetzt doch die Böckung für Führer G.M. Deine Mutter das ist der Klinik aber ist das egal wie ich trau auf 80 4 so ein solches recht an diesem Spiel weiter wenn der BFM Multiplayer auch so ist dann habe ich glaube ich keine guten Karten ja natürlich diese alle gut die das Spiel weil das Blöde ist bei Battlefield 4 sieht man die Gegner so gut sieht man so gut ist doch gut ha guter Kill ach scheiße das gibt es doch nicht was spielen da gerade für Drogenabhängige die sind einfach nur gut hier kommt ein Kill nach dem anderen in die ja ich habe 6 zu 8 das geht ja noch da versuchst du es mal mit dem Messer klappt auch nicht hey das war meine Marke Dreck sack ja und es gibt keine eigenen ey was ich will mir gerade so eine Marke am Auto holen in dem Moment wo ich kurz vor der Marke bin explodiert das Auto scheiß Essen gut das Spiel ah man schon wieder dauert noch ewig mindestens noch 6 Minuten so ich würde mal sagen wir beenden ab hier die Call of Duty Serie warum ich würde sagen wir spielen die Runde fertig nein ja die Aufnahme ist da schon extremst groß aber ist auch immerhin die letzte Folge mh haste eigentlich recht na gut lass noch machen wir die noch und dann scheiße oder scheiße mh leck mich doch in meinen mexikanischen Hintern mexikanisch ah ich raff das nicht das ruckelt und zuckelt hier und ich mach gar nix ich hab nichts im Hintergrund laufen Aua uh schon wieder tot ah ok bei 5 Leuten was soll ich da machen für das Volk Mist Achtung feindliche Vorräte unterwegs Achtung feindliche Drohne die hat sich pfff geiiiil es ist einfach unglaublich wie gut ich hier spiele jawoll wie immer halt mann haha selbst die Spiele mobben mich hey hey wat oh nö ey lasst mich doch irgendwann bitte irgendwie was erzielen ja kein scheiß Erfolg diese behindertenmedaillen letzte Ehre und so brauche ich nicht die sind nix wert doch ein paar punkte ich hätte eine granate reinwerfen müssen uah alter da war grad stand bild bild geht weiter ich bin tot ha sweet ach scheiße ey letzte Folge ist einfach krater katastrophal da spiegelt sich nochmal dein volles können wieder ja das alles was wir hier gesammelt haben der spaß das rage leck mich doch ach das macht voll spaß spaß ja du hast mittlerweile auch 8 kills hat nur 70 Tode ach spaß hast du spaß das ist ja natürlich das ist ja überhaupt nicht gelogen auch geil oh krass ah molle von hinten das war jetzt so ein zack von hinten tot ja ein kill man da seit langem und wieder tot aus mann ey es gibt echt teilweise echt so leute wo du dir denkst black ah ach fuck dragonfire wo ist das gute stück da ist das gute stück alter nein messer wie auch kein mehr zu töten ich bin super motiviert ich kann gar nicht aufhören zu spielen äh ey diese blöde dragonfire ne jetzt hat er da auch noch ein Tarn-Heli ja ja jetzt kannst du gerne beenden aah uuuh ja Lappen können nur mit Anwass hm gut ok so ich sag mal vielen dank dass ihr dabei wart danke auch an dich ja kein problem und wenn ihr mir weiter folgen wollt oder kein video verpassen wollt gerne den abo knopf drücken oder weiter gucken bei Battlefield 4 Tschüssi so was siehst du hier du siehst hier die Endcard von meinen Videos unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar schreib mir PNs oder sowas was du gut findest was nicht liken, abonnieren irgendwas und wir sehen uns dann im nächsten Video freut mich wenn du wieder dabei wärst und wir sehen uns noch eine Nachricht die ganze Zeit Vielen Dank.